Die Nasenkorrektur ohne OP hier bei der Nachkontrolle. Man sieht sehr schön, wie gerade der Nasenrücken ist. Die Patientin ist hochzufrieden. Jetzt 14 Tage nach der Behandlung schaue ich nur noch einmal darüber, ob hier Schwellungen vorhanden sind, gegebenenfalls feinere Korrekturen durchgeführt werden sollten. In diesem Fall brauchen wir keine. Der Nasenhöcker ist komplett verschwunden. Man sieht eine schön gerade Nase und die Patientin ist sehr, sehr zufrieden.